hallo liebe gartenfreunde ich wollte einmal eine erkenntnis mit euch teilen schau doch mal wir haben jetzt hier vielleicht anderthalb quadratmeter rasen ausgestochen haben das sozusagen umgegraben also das ist richtig richtig arbeit und jetzt haben wir gerade buschbohnen gesteckt die man noch gefunden haben und da schauen wir einfach mal ob das was wird ich habe hier ein rechen genommen sind fünf zentimeter sind die löcher auseinander in 23 cm tiefe haben wir dann die bohnen rein geschmissen die samenkörner seht ihr die und das immer gespannt ob das noch was wird weil jetzt haben wir mitte juli wir sind natürlich ein wenig spät mit dem aussehen aber das wird schon in dem sinne ganz liebe grüße liebe gartenfreunde und internetgemeinde tschüss